Weiß nicht wie ich scheiße Es ist aber scheiße Ja ich weiß nicht wie ich scheiße Scheiße Ja Nein scheiße Eskalation So hier sind wir wieder bei unseren schönen Spiel Hier mit den Blöcken und so und so weiter und Man kann sogar die 5 von hier sehen Aber von hier sieht es aus wie eine 2 Mit den Schafen Kann man die Blöcke abbauen? Kann man hier Blöcke abbauen in dem Spiel? Ja Paul Kannst die sogar setzen wieder Was? Kannst die setzen ja So warte mal was wollte ich jetzt eigentlich noch machen So die 5 bauen Abgehakt Für das Haus einzünden Abgehakt Nee das habe ich mir gar nicht aufgetrieben Aber es ist okay Sagt du das Schweizer anderen Ist doch eh bewusst was auch sonst wird Haha Haha Oh Gott Nee ich fand es fast lustig Oh das ist voll cool Philipp wie so die Sonne vor deinem Vor deiner 5 auf geht Ah von hier sieht es aus wie eine 2 Oh Das ist schade Ja Ui 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 Kann ich eigentlich Zoom? Ja kann ich geil Ah auch wenn ich immer gucken wo da Philipp ist Und dumm guckt Das ist nicht so blöd gucken Das ist nicht so blöd gucken Das ist nicht so blöd gucken Jungen Na gut das Skelett kann mir näher Na klar Jungen äh Er hat jemand Verzauberungstisch? Nee noch nie ich brauche noch ob sie obsidiert dafür Da muss man ja sicherlich erstmal ein vor Bücherregal erfüllen oder? Ach du geht doch In welche Richtung ist ein Schnee oder? eigentlich aber lederland immer weiter er übernommen meint das ernst ja ich ja hier ist doch schnell das ist aber in dem norden oder keine ahnung ich sehe jemanden unter der erde die 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 so wartet mal jetzt bräuchte ich eine schaufel naja ist egal was schon ich glaube ich könnte es nicht auf der schaufel heißen scheiße zweiter weil ich nicht wie ich heiße das ist aber fehlte ja ich weiß nicht wie ich halte also da ist er sie sind röpfer rei fressen hat die fresse rei die fresse und bettelt 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 wird sagt nichts mehr er sagt nichts mehr er plant irgendwas als Erleitung zerstören die er sich so verdient hat so hart Tino, halt einfach die Fresse! Tino, halt einfach die Fresse! Tino, halt einfach die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Ist da Philipp da hinten? Nein! Nein, ist er nicht? Ist er wirklich nicht? Schade! Ist er wirklich nicht! Schade! Isa! Oh, warte mal, ich wollte dann ja mal zu Jonas sein Haus gehen! Welches Haus? Um zu zeigen, was der da so hat! Äh, ja, ok! Ne, einfach weil ich da einfach fühle dich nicht mal angesprochen! Was ich da so nicht habe! Ne, du, ne! Also, was ich da so habe! Warte mal! Warte mal, was wollte ich jetzt grad machen? Achso, ich wollte zu meinem Haus gehen! Achso, das wollte ich auch, ja! Ja, ja! Bedingt! Wolle aber unbedingt Jonas unbedingt! Bedingt! Bedingt! Also nicht bedingt! Unbedingt! Paul! Ja, na ja, eben nicht bedingt! Ja, ja! Mit Bedingungen unbedingt ist, wenn man keine Bedingungen hat, sonst aus jeden Fall macht! Bedingt! Siehste! Paul, da wäre schlau! Ich bin schlau! Ich hab kein Gefühl! Oh, das ist mal ne 2-Matte! Aber fast! Gut, wenn du... Kommt immer drauf an, mit wem du dich vergleichst, ne? Ne? Aber ich hab fast ne 2-Matte! Lass aber ne 3! Für ne 2 ist also nicht gereicht? Also ne 2 Minus, oder was? Für ne 2 hat es knapp nicht gereicht! Schade! Ne 3! Ne 5! 2 Minus! Hahaha! Ach ja! Das hätte ich gut gefunden, hätte die Frau Quandl dem das so gesagt! Hm! Frau Quandl! Fur quáu me ... Nee, 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 nä, nee, na, ni, na, n, na, 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 numer veio, na, 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 na,algic, Wh boş, hau, Cho, Starting of Outside. So, oder wie das heißt. Gut. Aber die Leitung war tot. Was? Was? Wen habt ihr eigentlich in Mathe, Jonas? Aber die Leitung war tot. Jonas? Nein, danke, ich will keinen Durchfall. Was? Wen habt ihr hier in Mathe? Na, Ebert. Ah. Treffen sich zwei Päpste. Oh mein Gott. Haben wir in Mathe und Physik. Wow. Wow. Die kriegst du aber auch mal ein Wünff reingewirkt, aber der ist ganz gut. Na, Philipp. Ja, fick dich, Tino. Philipps Vater kennt den Herr Ebert auch. Hm, mein Vater kennt den. Aha, aha, aha. Trotzdem bist du so schlecht in Mathe, Philipp. Der hat schon mal Bekanntschaft mit seiner Faust gemacht. Das hat das Wasser. Sein Vater mit der Faust von Herr Ebert, oder? Ja. Echt? Ja. Weil er bloß Scheiße gemacht hat. Da hat er mal einen Schlag. Da hat er mal einen Schlag. Ach, daher kommt das, daher kommt das also. Dass du Scheiße bauen. Da war es gut, um Sachen reinzuwerfen. Ja, ich habe es zum Beispiel schon eine Rüstung komplett abgenutzt. Buntfall da nicht rein. Nein, ich will dich doch sehen. Oh Mann. Ich bin schon wieder weg. Ich bin schon wieder weg. La 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 la. Ach, ich habe heute Holz holen. Holz holen. Holz. Holz holen. Jonas ist sozusagen der Holz holer. Holz. Ich bin Holz. Holz. Hey, komm her. Ja, ja. Holz holen. Hey, hier. Holz holen. Holz holen. Geil. Finde ich gerade extrem cool. Echt? Ich. Ja. Ah. Was ist denn eigentlich das Lieblingsstir von einem Blinden? Ein See holen. Oh. Ah. Ah. Du bist so lustig. Du nicht. Ich weiß. Knie nieder. Oh. Hey, warte mal. Ach so, das ist schon okay. Ja. Ja. Tino ist drin. Folgt mir. Nein. Kühe. 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 Schlachten. 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 Paul, du warst falsch. Ja, der Paul, der will eben, dass Kühe geschlachtet werden. Das finde ich aber nie gut. Oh. Oh mein Gott. Es wäre geil, wenn Kühe einen beschützen könnten. Ja, unbedingt. Rette so eine Kuh hinterher. Ja, ich stehe zwei unten in der Höhle. Wer ist das? Äh. Dino. 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 Wahrscheinlich der Paul. Nein, ich bin gerade im Dschungel, wie immer. Ja. Do, 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 do. Sleaps the lion's, leaves the Paul sleepers somewhere. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cult gibt die an runt card blow 3 doch jemand gestopft dieser Aufnahme 03 Globus Prof jetzt werde schon gestorben Ich find's lustig, dass er gestorben ist. Tino, du wirst elendig verrecken. Stimmt. Stimmt, stimmt. Hab ich gar nicht mitgekriegt. War auch unwichtig. Ja, für dich, aber für mich doch nicht. Für mich doch nicht. Ein Seehund. Paul, weißt du noch? Mr. Lister. Ja. Hab ich letztens wieder einen gesehen, der so ähnlich hieß. Was, Mr. Lister, das ist doch Fester. Ja, jetzt reimt er auch. Das ist schon wieder echt. So, hey, ist der noch ein Paul. Echt, ja. So heißt er doch. So heiß ich doch nie. Doch, das machst du mit Paul. Was? Nein! Was? Blubb. Nein, natürlich nicht der Paul Fester. Seine, es ist doch nicht. Sondern deine, Philipp. Ja, natürlich deine. Nein, nein. Gute alte Paul. So. Jetzt sei der eingeschlossen. Und Paul, was gab es heute Mittag? Gar nichts, um genau zu sein. Oh, das ist schlecht, Paul. Das war von Spongebob irgendwas mal, oder? Hallo, ich bin aus Bratsch. Ja. Paul, du klaus schon wieder. Ich klau nie was. Du klauschwein. Drecksklauschwein. Ich meine die Aussage. Achso. Ja, klar. Immer. Die sowieso. Jonas rappt schon wieder. Ah, 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 ah. That's straight. Ah, ah, ah. 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 Ich fraß es wieder mal versaut, Philipp. Treffen sich zwei Spinnen, fragt die eine. Ich habe immerhin mit zwei Musik. Philipp! Schaut sie. Ebenso, Jonas erzählt gerade, Philipp. Du bist echt, also echt, das... Nee, Philipp. Das letzte bist du. Philipp, du hast mich jetzt mal raushauen. Tut uns leid. Ja, das tut mir leid. Das ist, das muss einfach sein. Das kann einfach nie wahr sein. Das ist... Das geht einfach nie, Philipp. Du musst andere Leute respektieren. Du kannst nicht einfach reinlabern. Oh. Tino, du bist so beleidigt. Es ist sein... Tino hat ihn gekickt. Tino hat ihn gekickt. Nee, wir hätten aus Skype... Aus Skype hätten wir noch raushauen müssen. Oh, ein geflecktes Schwein. Das ist krank. Oh, da ist ein Backstuhl. So, aus, aus. Ein Backstuhl. 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 Mit Sandstein auch noch. Und, hey, das ist geil. Alter, Tino. Könnt ihr dann aufhören? Was? Hallo. Hallo. Oh, das ist geil. Toll. Ja? Ich bin hier. Wie die Sonne unter der Fünf... Unter... Ach, scheiße. Hinter der Fünf weitergeht. Paul, du wirst wohl niemals ein Buch schreiben. Ein Buch? Nee, sowieso nie. Das ist aber nie gut, Paul. Ich dachte, du schreibst mal ein Buch. Oh, ich kann noch eins schreiben. Philipp baut sein Haus jetzt aus Copplestone. Nein, 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 nein. Das sieht aber so aus, dann ist es so eine Mischung. Sind noch Steinsiegel dabei. Ein Schling. Alles klar? Passt schon. Haus ist komplett aus Steinsiegel. Ih, ein Schling. Enderman. Das war... Du bist wohl schon wieder Monsterjahr. Nein, ich bin ja, dein Paus. Noch da bist du. Oh mein Gott, er hat mich gefunden. Das ist aber schlimm. Ey, geh weg. Weil... Moment. Oh, ach da. Kommt immer von hinten, der Enderman. Echt mal. Kommt immer von hinten. Wieder, Philipp. Philipp guckt mir zu, der Sack. Nee, ich baue mein Haus weiter, Jonas. Kommt mir zu, zu gucken. Ich gucke dir nicht zu. So geht er eigentlich immer hinter mich. Hä? Du, der Enderman. Moment. Lass dich doch mal schlagen. Ätze. Ich glaube, du bist dich doch nicht. Ja, der Enderperle. Enderperle, Enderperle. Huh, huh, huh. Ich dachte erst, es ist ein Creeper von weitem. Wo ist ihm zu Philipps Haus locken, aber es ist egal. Wie immer. Wie immer. Ja. Ich habe übrigens vorhin zwei Creeper zu deinem Haus gelockt. Hallo, Philipp. Oh, hi, man. Der Weg war hier in der Ecke ein Loch. Ja, das habe ich gemerkt, deswegen konnte ich den Standort, ich kann hier fliegen. Das habe ich leider vergessen aufzunehmen. Der Standort ist eiskalt, Flying ist not available on the server. Du darfst ja auch nicht fliegen, Philipp, du darfst nicht cheaten. Das ist ja auch nicht available. Das ist ja nur die Wahrheit. Du sollst nicht fliegen. Eines der Gesetze auf unserem Server. Du bist ein hässlicher Kodipart. Eines der zehn Gebote. Du sollst nicht fliegen. Löhle, da boy. Lärkte. Du hast, hast Haare. Du hast die Haare schön. Du hast die Haare schön. Auch so hart. Du hast, du hast die Haare. Was, aber sagt. Je, 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 je. Je, 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 je. Je, 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 je. Eier! Wir wollen Eier, Eier, Eier. Töten sich die Fische gegenseitig? Nein, ich glaube nicht. Gerade einer im Wasser gestorben. Im Wasser? Ja. Ich glaube, die sterben, wenn die in so flachem Wasser sind. Nö, es war zwei tief. Also. Dann haben wir es schon. Mysterious. Wille, woraus macht man Leitern? Sticks. Ach ja. Ne, wie macht man Leitern? Aus Sticks. Ja. Echt. Wer hat denn das eigentlich drunter geschrieben als Kommentar? Ich. Der Jonas, der schreibt immer Kommentare drunter. Also unser Jonas. Wenn mir sowas Dummes auffällt wie, wo seid ihr, ich bin hier. Ja, wieder Paul. Spiderschwein, Spiderschwein. Tina, was willst du? Ja. Ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Im Jahr 2013. Paul, wo bist du? Ich bin überall. Und nirgendwo. Nirgendwo. Ich hab grad, äh, obsidian abgebaut. Ja. Nirgendwo. 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 Ah, ja. Philipp, willst du eigentlich die fünfmal anzünden? Ich mein, das geht bestimmt ein cooles Brenn-Dingens. Ach nöch. Ah. Gott, sind bei euch viele Monster auf dem Ferrer, ja. Tino, mach mal. Difficulty ist eins. Oh nein. Jetzt melde ich mich erstmal die Ente. Oh nein. Die Ente. Die Ente. Die Ente. Nein, die Ente. Die Ente höre ich sogar. Und damit bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Mep, bap, bap, bap.